Willkommen zurück liebe Leute zu Infamous Second Son. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und machen jetzt wie versprochen mit der Hauptstory weiter. Ich wollte gerade mit Neon da hochklettern, aber es geht ja gar nicht. Was habt ihr schon wieder gesagt hier gegen mich? Was soll denn der Käse? Jedes Mal das gleiche mit euch. Jedes Mal das gleiche. Ja. So, gehen wir mal zur Hauptmission. Das ist doch cool, oder? So kann man den Leuten auch helfen. Ey, der lebt aber doch. Seht ihr das? Er lebt doch. Ich habe ihm geholfen. Ich habe ihm geholfen. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zur Hauptmission und jetzt kann ich hier endlich mal rein aufs Dach. Yes. So. Und ja, ich hoffe, ihr habt in den letzten beiden Parts euer Feedback abgegeben. Wenn nicht, dann tut das doch mal zum Thema auf böse Nebenmissionen machen oder auf gut und Infamous 1 und 2. Weil, wenn ihr das nicht getan habt, dann macht das gerne. Hol es nochmal nach. Nutzt eure Chance, ja. Ist auch immer so ein Ding. Das muss ich kurz ansprechen, bevor wir das machen. Ist auch immer so ein Ding. Da gibt man schon den Leuten die Möglichkeit, mal eure Meinung zu äußern. Was auch viele Let's Player einfach vernachlässigen. Ist auch scheißegal, was die Leute denken. Einfach machen. Und dann nutzen die so viele Leute das nicht. Deswegen macht das gerne, ja. Eure Meinung ist gefragt. Und noch eine kleine andere Sache, die ich kurz erwähnen muss. Denn es ist jetzt nicht mehr so schlimm, wie als wir auf gut noch durchgezockt haben. Aber dieses ständige Nachfragen nach neuen Parts, mach mehr, mach dies und das auch nur in Videos, die nichts mit Infamous zu tun haben. Unter meinen anderen Projekten, an die Leute, die das machen, euch sei gesagt, das behilft nicht, dass mehr kommt oder schneller was kommt. Das hilft eher dabei, dass der YouTuber auf stur stellt und sagt, weißt du was, extra, weil du keine Geduld zeigst und Geduld ist eine Tugend, mach ich extra nichts. Versorg schön anderen das Let's Play, indem du den Leuten auf den Sack gehst. Das muss ich mal auswerden, weil ich mag das gar nicht, wenn ständig Kommentare kommen dazu. Mach doch um dies, mach doch das unter Videos, die nichts mit Infamous zu tun haben. Ja, immer mit der Ruhe, seid geduldig, denn es kommt, ihr wisst es. Hallo, selbst wenn ihr erst neu bei mir seid, ihr wisst, es kommt. Hey, äh, ist da Delson Rowe? Ja, wer ist dran? Weißt du, ich bin nur ein Riesenfan deiner Arbeit. Dein Tag auf der Space Needle, ergreife die Macht, ja? Ja, ich verstehe das alles total, diese Macht der Machtlosen Sache und ich will helfen. Okay. Oh, warum suchst du ihn oder sie? Ich will ihnen bloß die Hand schütteln oder ihr. Okay, also, äh, ich hab gehört, dass DUP will alle gefangenen potenziellen Conduits zu dem Sammellager im Downtown bringen. Der Konvoi soll mit durch den Lantern District fahren, über die I-90-Überführung. Okay, weißt du zufällig, ob jemand von denen wirklich Kräfte besitzt? Oh, ja, ja, absolut, auf jeden Fall, ja! Ah, hey, danke, ähm, sorry, wie heißt du nochmal? Ähm, ich bin Eugene, ein blöder Name, ich weiß. Hey, meine Mutter hatte Delson aus einem alten Western, ein Cowboy. Ein Cowboy, oh yes, so, falsche Richtung, da lang, da geht's lang. Wir haben schon wieder eine Special-Agengriff übrig, den nutzen wir wahrscheinlich auch bald. Hallo, boah, das tut mir aber leid. Moment, ich bin euch mal eben behilflich. So, verdammter Conduit-Verdächtiger, du. Verdammte Bioterroristen, die kenn ich ja gar nicht ab. Hey Eugene, ich glaube, das Einfachste wäre, die Straße ein bisschen absacken zu lassen, ihnen den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Ähm, du könntest sie einfach sprengen? Nein, dabei könnte der Conduit, den ich suche, draufgehen. Ich kappe bloß die Träger und durch das Gewicht der Laster senkt sie sich. Zack, Straße gesperrt. Okay, oh Mann, darum bin ich so ein Fan. Ich wünschte, ich könnte das sehen. Na, dann komm und sieh zu, Mann. Aber aus sicherer Distanz, denn... Ihr Conduits, bitte wir Sterblichen lieber abstand. Klar, klar. Ähm, ich glaube, ich bin zu lassen, dass ich noch lieber zu Hause bin. Ich sag Bescheid, wenn ich was Neues über den Konflikt rausfinde. Alles klar. Hallo, ich hab hier einen Job zu erledigen. Ach so, das hab ich noch gar nicht gekauft, wa? Mit diesem... Mit diesem Rauch ins Gesicht schießen und dann hinrichten. Das hab ich noch gar nicht gekauft. So, 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 und jetzt aber. Eugene, wann soll der Konvoi hier auftauchen? Äh, heute Abend? Ich weiß es nicht genau. Bist du noch an der Überführung? Ja, bin ich. Ich freue mich gerade mit den Einheimischen an. Da oben ist aber gar kein Verkehr, Mann. Ja, weil die EUPs die Überführung für die Zivilisten gesperrt haben. Bist du schon fertig mit den Trägern? Ja, alles bereit. Ich gehe jetzt rauf und mache mich bereit für ein kleines Spielchen mit den DUPs. Scheiße. Ah, verdammt. Natürlich. Trottel. Ey, Eugene, red mit mir, Mann. Wonach suche ich in dem Konvoi? Äh, keine Ahnung. Ich meine, die transportieren viele Gefangenen. Oh, was hat den denn weggeschossen? Ach so, die explodieren. Ach so. Boah, 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 boah. Habe ich ihn erwischt? Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Ha, ha, ha. Wer ist der Boss? Kommt schon, gebt eure Gefangenen frei, dann machen wir hier Schluss. Hey, ich habe einen erwischt. Weiß nicht wie, aber ich habe einen. Komm rein da. Oh, hier ist der Mufi so geil. Der sind du geile Flocke, du. So schnell kann es gehen. Ah, ich glaube, den anderen, ne? Den anderen Bus. Oh, den anderen. Eugene, Mann, die Busse sind längst weg. Weißt du vielleicht, wo sie hin sind? Keine Ahnung. Der Funkverkehr ist totales Chaos. Ich verstehe nicht, wohin sie wollen. Ah, warte. Du hast dich in den DUP-Funk eingeklingt? Wie hast du das geschafft? Nur eine App, an der ich rumgebastelt habe. Hier, ich schicke dir den Link. Okay, ich hab ihn. Also, was macht die? Sie ordnet Signale. Man kann den DUP-Funkverkehr belauschen. Aber das Coole ist, man kann auch die Richtung bestimmen, aus der das Signal kommt. Oh, Mann. Das Ding muss ich unbedingt ausprobieren. Es ist jetzt keine Zeit für Joggen gehen. So, gehen wir aufs Dach. Weee, so. Hier sollen wir ein Signal bekommen. Wir sind in einen Hinterhalt geraten. Das war Rao. Von die Richtung. Wir flohen mit unserer Fracht. Von den anderen haben... Hey, Eugene, ich empfange was. Sag ich doch. Sag ich doch. Ja, ja, der gute Eugene. So, gehen wir nochmal hoch. Um ein Signal zu bekommen. Keine Ahnung, wie viele Tote wir haben, aber auch ein paar APCs enthinden. Sogar ein paar Helis hat es erwischt, aber... Okay, da unten sind sie. Da ist einer. Bam! Hehehehe. Hahaha, ihr seid so schwach. Wenn du die normal triffst, wie lange das dauert, bis die mal sterben, wa? Boah. Oh, yes. Super. Den Special Move, den kann ich sehr, sehr gut gebrauchen. Leia? Jemand muss vor mir hier gewesen sein. Shit. Ihr seid neu. Ihr seid neu. Sind die neu? Bitte, ich hab andere verblägt. So. Boah, die Mucke. Boah. Jungs. War nett mit euch. War richtig nett mit euch. Wir hatten ein langes Vergnügen, aber jetzt können die gehen. Eugene, ich bin am ersten Bus, aber er ist leer. Da waren drei auf der Überführung, also sind noch zwei übrig. Das war der Blitz der Kamera, habt ihr gesehen? Noch da? Hahaha. Ja, wo ist er denn jetzt? Tja, ein kleiner Rückschlag und du legst einfach auf. Bist mir ein schöner Fan. Ja, aber... So, die Scherber nehmen wir mal kurz mit und jetzt... Wir brauchen Hilfe! Es sind einfach zu viele! Die sind überall! Überall! Der Nebel! Ich kann nichts sehen! Hört ihr das? Hört ihr es? Das sind die! Schickt Verstärkung! Wir sitzen fest! Die meisten sind tot! Mein Gott! Was ist das? Irgendwann werde ich der beste Infamous-Schütze aller Zeiten! Irgendwann! Nein, das ist Blödsinn. Ich werde niemals ein guter Schütze hier. Aber die Drohne nehme ich mir mit. Das steht fest. Wie fliegt der sogar noch? So, kurze Pause. Ich glaube aber, hier geht es lang in die Richtung. Deswegen gehen wir noch ein bisschen weiter erst. Ich habe dich nicht so. Pussy! Okay, Moment mal. Jetzt weiß ich aber echt nicht mehr, wo ich hin muss. Also, kurz mal aufs Dach. Wie hoch ist das Gebäude? Alles klar. Ah, siehst du? Ich bin voll in die falsche Richtung gegangen. In die Richtung. Okay, da unten, da unten müsste es sein. Great! Ich bin voll in die Richtung. Ich bin voll in die Richtung. Tschüss! Ich bin voll in die Richtung. Vielen Dank.